Da ist nix. Oh, wer liegt denn da? Alter Dwerftext. Okay. Und die Bücher müssen wir loswerden. Aber definitiv. Wir tragen wieder viel zu viele mit uns rum. Ah, ich wollte es mitnehmen. So. Ah, was haben wir denn da? Brief an Nette. An Nette. Dwerker, Insekten. Da haben wir die gleiche Meldung. Okay. Ah, Brief, Brief, Brief. Brief an Nette. In meinen letzten Augenblicken denke ich an nichts anderes. Wir sind zusammen. Ich hatte so große Pläne für uns. Du musst wissen, ich habe den Schlüssel zu Gravel Feste. Unserem kostbaren Bauwerk, dem Juwel in der Krone der Dwerger. Ich habe ihn bei meinen Erkundungen entdeckt. Tief in den stehenden Gewässern der Untersee wäre. Er wirkt so unscheinbar. Wir hätten nach Geigensende zurückkehren und wie Templer leben können. All unsere Wünsche wären erreichbar gewesen. Doch leider wird es nicht dazu kommen. Und der Schlüssel wird nichts nützen, wenn ich tot bin. Also habe ich ihn bei dem Baumeister im Dorf gelassen. Er ist einer von uns. Und ich bin überzeugt, dass er Großes erreichen wird. Das alles hätte uns gehören können. Aber uns wurde schon so vieles genommen. Was ist da schon eine weitere Sache? Führe dein Leben weiter, liebste Nette. Ares. Oh, wie romantisch. Ich habe Bücher zum Plunder hinzufügen. Genau. Nein, sollte ich nicht Gegenstände runterfahren? Weil wir haben bestimmt auch ein einzelnes Gewicht aus. Plunder. So, haben wir auch gelesen. Plunder. 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 Oh, ich habe Beschwerdschreiben nicht gelesen. Onkel Vitor. Eure Methoden zur Bewältigung meiner angespannten Situationen konnten meine Schwierigkeiten nicht lösen. Weder die Atemübungen noch die gedankliche Entspannungen waren erfolgreich. Der Druck, unter dem ich stehe, führt zur Schlaflosigkeit, Irritation, irrationalen Ängsten und einer Tendenz, bei der geringsten Provokation in Tränen auszubrechen. Ich werde nicht länger schweigen. Die systematische Hetzjagd auf Pepin Yamane setzt sich und vermindert fort. Nachfolge sind in chronologischer Reihenfolge die Verbrecher aufgeführt, die von meinen Kollegen, den Schularen Manios, sowie ihren Eminenzen-Tämpflerinnen Transe an mir verübt wurden. Weder ihre Stellung noch die Entscheidung der Basilika Knorsta, mich für Zeugung... Was? Zeugnis? Unfähig. Ja, doch Zeugnis. Hä? Zeugnis? Ja, Zeugung. Egal. Zum Erklärtdorf und als Entschuldigen für Vergehen dienen. Bitte, lieber Ockel, hört euch an, was ich ertragen musste. Ich konnte hören, wie sich die Schularen Manios über ihre Schlafgewohnheit unterhielt und behauptete, ich habe mehrere Mongats-Bastarde gezeigt. Templerin Tannis, äh... Tankese schickt mich auf die Suche nach dem Buch der Reue, weil ich, äh... Und das war genau ihre Worte, der im Begriff von entbehrlich sei. Ihr fragt euch nur bestimmt, was alles Nächstes kommt. Nun, wir werden sehen. Ja, du bist tot, mein Freund. Blunder. So, das Lesen, da brauchen wir es noch. Blunder. Blunder, alle drei. Über die Alchemie, haben wir nichts gelernt. Blunder. So, Lesen, an den Geigen sind. Kann man trotzdem hinweg. Kann man trotzdem zum Blunder hinzufügen, ne? So, ein Schei... Ah, nein, jetzt wird euch noch gar nicht fertig. Mann, ich klicke mich hier gerade viel zu schnell raus. Sorry. So, war mir stehen geblieben. Bap, 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 bap. Knoben, Kinderheim, ja, die können weg. Das sind vier Stück. So, die können auch weg. Das sind zwei. Über die Alchemie. So, kann auch zum Blunder. Kompetium, kann auch zum Blunder. Talentbuch kann auch zum Blunder. Reparaturkits, ne? Konsumgut. Ja. Das behawaren wir uns mal auf. Wir brauchen noch so alle zerstören. Und wir kriegen 75. Ja, perfekt. Juhu! Hä? Was geht hier? Na, jetzt komm her. Was ist denn, Günther? Diese Wurzelkohle macht mir echt viel aus. Ich finde es geil. Au! So, jetzt erst mal so mein Freund. Hallo? Hallo? Darf ich jetzt mal? Bin noch nicht so weit. Autsch! Ach so, das war noch cool dann. Okay, ich dachte gerade. Na, mein Digger. Ach, da hat er nicht mehr viel. Ja, komm, ich hab' nicht mehr so. Ich hab' nicht mehr klopfen. Krass. So, mitnehmen. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal was gefunden. Ein bisschen was gelernt und ein bisschen was mitbekommen noch. Wir haben den echt voll gemobbt, Alter. Blöde Schweine. War voll der coole Typ. Halt, hier geht's. Da geht's runter. So, da ist der Weg. Ach, doch, Kat. Bin ich zu blöd im Lauen? Ja, manchmal schon. Aber trotzdem, ja, relativ okay, die Höhle. Ist nicht so, wie ich's mir vorgestellt hätte, aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Ist Günther... Ne, da ist Günther. Warum ist Günther? Aber, wie das Günther kaputt geht. Ich mag Günther. Ich hab Günther lieb. Kann ich jetzt speichern? Danke. So. Jetzt springen wir erstmal da runter. Ich fange erstmal den Weg weiter. Halt, da lang, ne? Ja. Dass wir nicht mal alles für ein bisschen erkundet haben. Vielleicht finden wir ja noch das eine oder andere, weil die eine Karte fehlt ja immer noch anteilig. Achso, Günther fehlt wieder. Komm mal her, Günther. Eigentlich hatten wir ein paar Freunde, aber da können die vielleicht einfach Support benötigen. Okay, okay, okay. Jetzt reicht's. Jetzt rast ich aus. Kommt her, ihr Bastarde. So, geht's doch. Was ist das Problem? Noch Fragen? Irgendwer? Irgendwo? Hm? So, und dann noch da runter. Ich will nicht wissen, was da lang geht. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Oh, ich will den einen Teil von der Karte noch finden, sonst wir sie zusammensetzen können. Ja, super geil. Sehen wir fünf Stück, ne? Oh, das ist eine räudige Kiste. Bannen. Es war so einfach. Ha, jetzt. Perfekt, vier Stück. Wunderbar. Günther, mitkommen. Dann haben wir auch noch ein Schätzlein. Ich hoffe ja, dass es irgendwo... Oh, das ist eine Geme nur. Das heißt, nur eine Geme ist auch gut. Dass wir in so einer Kiste zum Beispiel jetzt noch einen Schatzteilkarten-Teil finden. Was uns aber nicht vergönnt zu scheinen sein. Leider. Finde ich sehr, sehr unhörflich. Wunderschöne. 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 Meister, gefräßige Griffstücke. Oh, sehr schön. Auf einmal, um die Schmieden besser werden. Oh, dann kann man für die coolen Waffen noch machen. Und Schatkams, wenn so ein Schild. Mr. Teddy. Mr. Teddy. Ich habe gehört, sie waren heute unartig. Ich werde sie leider deswegen exekutieren müssen. Mr. Teddy. Okay, was haben sie zu dem Turt zu sagen? Dass sie Turt sind, das weiß ich. Könnte sich das genauso. Weiß, ihr müsst es halt auch verstehen. Wenn man das ganze Zeit mit dem Skelett unterwegs ist. Niemand hat es da zum Reden. Dann dreht man irgendwann am Rad. Und jetzt halt schon seit 80... Ne, 60 Stunden sind sie. Das sind nur 60 Stunden. Hä, was haben wir für eine Quests? Zur Party zurückkehren. Mr. Quenet. Okay. Cooler Shit. Aber wir können da zickzack laufen. Ich würde da in dem Weg auch noch lang gehen hier kurz. Achso, das geht ja mal wieder nicht. Mi, 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 mi. Wobei, doch. Warte, warte, warte. Wir haben noch einen Sprengsatz. Äh... Gegenstände. Konsumgut. War das da? Ja, da war es. Günther, guck's dir an. Achso. Okay, vergiss es. Wir sind kurz, um ihn disponieren, Günther. Wir sind kurz weiter sein. Ja, ich bin im Süden. Ja, da kann man bestimmt laufen, weil das eine Stück da ist. Jetzt ist eh, oh, egal. Ist ja gleich in der Nähe. Ist ja gleich da drüben. Ach, Party, das war unser Dingenskirchen und so ein, äh, 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 Bastler, ne? Für unser, für unser Gebäude hier. Oh. Oh, oh, oh. Haula, Chica, Baby. Was geht? Es ist vollbracht, Herrin. Ich bin sicher, ihr werdet beeindruckt sein. Im Übrigen habe ich mir erlaubt, Killian Keen aus Trostcup einzuladen. Er ist euer neuer Bestienmeister und wartet am Bestienpferch auf euch. Mhm. Ich habe gerade erst angefangen, Herrin. Mehrere Schriften, die ich in der Feste gefunden habe, beziehen sich auf einen ungewöhnlich großen Anbau neben dem Hauptgebäude. Dafür brauche ich zwei Bündel Amberholz, zwei Bündel Segeltuch und vier Bündel Seestahl. Hm, welche Bücher in der Feste? Ein Tagebuch, das, glaube ich, dem ursprünglichen Waffenmeister hier gehörte, hat mich überzeugt, dass das eingestürzte Gebäude links neben der Feste eine Rüstkammer war. Es enthält einige merkwürdige Andeutungen, dass er eine Methode zur Einschätzung der Kampfkraft eines Schülers entwickelt hat. Aber das ist mir zu hoch. Saat ihr das in eurem Traum? In meinem Traum sah ich einen Anbau neben dem Hauptgebäude. Inzwischen weiß ich, das war die Rüstkammer. Dort wurden Waffen aufbewahrt, das ist klar. Aber gleichzeitig war sie eine Art Kampfkunstakademie. Welche Rüstkammer? Die Dwerger haben Rüstkammern gebaut und ihre Waffenmeister zu erkennen gelehrt, welchen Schaden man mit Waffen oder Zaubern verursacht. Okay, ich habe, was ihr braucht. Großartig. Ich mache mich gleich ans Werk. Die Rüstkammer ist noch nicht fertig. Fragt mich später noch einmal. Gerne. Wiedersehen. Wiedersehen. Finde ich cool, Homie. Oh. Ihr müsst die mächtige Herrin sein, von der Paddy erzählte. Er hat immer wieder davon geschwärmt, wie großartig und gütig ihr seid. Um ehrlich zu sein, bin ich nur wegen des Windes hierher gezogen. In diesem Kaff an den Klippen war es ein bisschen windig. Alles cool. Einkaufen. Oh, die drehe ich hier perfekt. Dankt euch. Passt auf euch auf, Herr. Ja, mache ich. Aber ich muss erst mal kurz was schauen. Okay, das bringt uns nix. Bringt uns auch nix. Gut. Dann kann ich verkaufen. Ne, verkaufen trifft es eher gerade, meine Dame. Und zwar. Hier, ja, komm, wir hauen es jetzt raus. Ist egal. Außer aufs Liedern, da sehen wir vielleicht auf. Das grüne kann auch weg. Das dann. Dann das. Dann das. Das. Was wir stellenweise als Materialien haben, mit uns führen, was es als Gewicht ausmacht. So, danke. Natürlich. Erst erstmal ein Stufenaufstieg. Und zwar, Schmiede kunst hätte ich gern. Bestätigen. So, dann wollen wir uns aber hier noch vorhin zurücktunen. Windesumarmung. Können wir noch aufwerten. Na, 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 na. So, bestätigen. Bestätigen. Schließen. Speichern. Perfekt. Und nun mal noch eine Aufgabe. Die hinten drum. Wer, wer, wo? Ach, er. Der Herr. Halt, wartet. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Killian, Bestienmeister. Ich wurde ausgebildet, zu kämpfen und die Tiere den Menschen untertan zu machen. Aber das ist hier nicht sonderlich gefragt. Wir mussten nie kämpfen. Dank Akaras Schutz. Und Alda duldet keine Tiere im Dorf. Patrick, äh, Patrick Dover. Er hält große Stücke auf sich. Aber ich könnte mir keinen besseren Verbündeten für euch vorstellen. Bestienpferch. Paddy hält, was er verspricht. Ein vortrefflicher Bestienpferch, in dem jeder gute Bestienmeister nur allzu gerne arbeiten würde. Ihr dressiert Bestien? Ich bin ein weltbekannter Bestienmeister. Gebt mir irgendein Tier und ich dressiere es. Wenn ihr mir etwas Futter besorgt, das ich als Köder auslegen kann, dressiere ich einen Begleiter für euch. Ja, das habe ich schon aus kleiner Junge gemacht. Geil. Ich kann beinahe jedes Tier dazu bringen, in der Feste zu leben und zu arbeiten. Ja. Wollt ihr einen großen oder einen kleinen Begleiter? Denkt daran, dass ich immer nur drei Begleiter halten kann. Groß. Je größer, desto besser, was? Was hättet ihr denn gern? Wolf, Bär, vergisst du es? Ein Barkest. Ein Barkest? Ich glaube, so viel Fleisch haben wir nicht. Barkest haben scharfe Zähne. Lassen sich aber gerne streicheln. Gebt mir einen Tag, um einen zu finden und zu dressieren. Gebt mir etwas Zeit, um euren Begleiter zu dressieren. Ihr wollt doch nicht, dass euch die Hand abbeißt, oder? Geil. Geil, geil. Geil, geil. Ja, schau aus, Günther. Günther? Günther? Alter, wir kriegen Kleider mit dir dazu. Ein Barkest. Geil, Homie. Oh, voll fett. Auf dressieren wir warten. Ja. Ich will jetzt mal reingehen, gucken wir uns, wie es da aussieht. Holy Crap, Alter. Was für ein Baumeister. Da guckt selbst Tom Balder nicht schlecht. Alter Schwede. Und mein Thron. Wo ich mich nicht mehr hinhocken kann. Was für ein Scheiß. Das ist hier als Gimmick angefeiert. So, so. Erstmal kurz hier das deaktivieren. Schau dich um, Günther, ne? Alles easy. Bett? Aussehen anpassen. Nee, ich finde, wir sind hübsch, wie wir sind. Ah, ist es unsere Truhe. Sehr schön. Ich tue mal jetzt mit den Gämen hier rein, die wir gerade nicht brauchen. Sechs gleich haben wir sogar noch. Krass. Fische. Das finde ich jetzt aber toll. Tod, mein Schuss kann auch erstmal wächst. Cool. Wenn die Rüstkammer hat, dann kann er wahrscheinlich auch herkommen. Ein paar andere Sachen noch basteln. Ah, das finde ich jetzt aber geil. Da kann man nicht schlafen. Ja, das wird wahrscheinlich für Patty sein. Ich finde den Namen auch schon cool. Patty, also von ursprünglich Patrick. Also schon auch so ein Name. Also kann man nichts sagen. Als königswürdig. Jetzt braucht er noch einen Barkeeper da drin. Dann geht die Party. Alter, das ist fett. Voll geil. Das gefällt mir jetzt. Das fahre ich gerade hart ab. So, dann gehen wir mal raus. Da unten müssen wir noch hin, ne? Ja, dann gehen wir da unten mal kurz noch hin. Müssen wir erstmal grob im Weg folgen. Müssen wir auf jeden Fall runter an den Strand. Achso. Ah, dann deckt das Vieh gleich wieder und raschelt er aus. Jetzt aber, Günther, komm, lass es. Es kostet euch noch Zeit. Außerdem haben wir hier viel, viel tollere Spielkameraden. Jetzt ist viel besser feiern. So, guck mal. Viel besser mit denen, oder? Was denkst du? Okay, es reicht's. Ich wollte es dir angenehm machen. Ich merke aber, dass das nicht in deiner... So. So macht man das, mein Freund. Kein Loot? Shit. Ah, doch jetzt. Feines Haar. Sehr gut. Meine Dame. Oh, ich hab meinen Schützkar nicht aktiviert. Bitte. Ihr müsst mir helfen. Was ist denn los? Bitte. Was passiert? Olaf. Der Mann aus dem Gefangenenschiff. Er hat mich angesprochen. Was? Ich konnte nichts anderes tun, als Lyria anzuflehen, mich zu beschützen. Er war so stark, so versessen. Ich hatte angefangen, Olaf zu vertrauen. Zumindest so weit, um mit ihm unten bei der überfluteten Höhle fischen zu gehen. Aber dieses Mal war er anders. So bestimmt. Er redete mit mir, als wäre ich nicht verheiratet. Als gäbe es zwischen uns eine intime Verbindung. Und ich versichere euch, die gibt es nicht. Dann wurde er handgreiflich. Grob. Und ließ sich nicht zurückweisen. Zum Glück war Katwollern in der Nähe. Ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte. Dieses Tier ist mir egal. Ich sorge mich nur um Katwollern. Ich habe ihn noch nie so wütend erlebt. Seine Augen waren voller Rachedurst, als er sich auf die Jagd nach Olaf gemacht hat. Dieser törichte, törichte Mann. Er ist ein Barde, kein Krieger. Olaf wird ihn wie eine Muschel auseinanderbrechen. Er hat sich seine Fischmesser geschnappt und ist davongestürzt nach Norden. In Richtung Sirenenbau. Er ließ sich einfach nicht aufhalten. Okay, er ist tot. Okay, okay. Ja, mache ich. Kein Thema. Er ist mein Gemahl. Okay, Günther. Okay. Okay, ich habe gedacht. Ich war aber schon gedacht, okay. Aber, ne. Okay. Jetzt weiß ich, wo wir ihn gefunden haben. Günther, mitkommen. Wir müssen jemanden killen. Auf bestialische Art und Weise. Schön langsam die Kehle durch. So ein kleiner Wichser. Ich raste aus. Alter, weh, du Legsinn. Oh Mann, weh. Ich schwöre es dir. Ich ziehe da jeden einzelnen. Ach, das war ein kleiner Zwerg von vorhin. Okay, Taka, was geht jetzt ab? Kleinen Stein auf seinem verdreckten Arschloch. Okay, in der Richtung war kürzer gewesen. Egal. Ah, der ist gerade falsch im Gedächtnis. So ein Wichser. Wir haben uns den Arsch gerettet. Dann machte die Frau von ihm blöd an. Nee, also Leute, es geht gar nicht. Da würde ich richtig aggro bei sowas. Juhu, Olaf. Ich weiß, was bald passieren wird. Ja. Ich werde ihn töten. Komm her, du Drecksack. Glück haben wir nicht zu spät. Das ist viel zu gut für ihn. Wie kann man eine zweite Chance nur so verschwenden? Wo auch immer er ist, ich hoffe, er leidet. Wie geht's dir? Gagansend ist genau wie jede andere Herausforderung, der ich mich in meinem Leben gestellt habe. Jeder Tag ist ein Kampf ums Überleben. Meine Mutter starb, als ich noch sehr jung war. Und mein Vater war ein Dieb. Ich war halb verhungert, als mich Lord Penian erwischte, wie ich etwas Gold aus seiner Börse stehen wollte. Aber anstatt mich ins Gefängnis von Rathier werfen zu lassen, gab er mir die Chance, meine Strafe abzuarbeiten. Ich wurde Diener in seinem großen Haus. Und dort begegnete ich auch Nesta. Vor dem Schiffbruch hatten wir nicht ein Wort miteinander gewechselt. Und jetzt sind wir Mann und Frau. Lyria sei mit euch. Kein Problem. Ich folge dir mal, aber es würde kürzester Weg sein. Was liegt denn da? Oh, enttattete Haut. Der Bargates-Bekleiter hat ja einen Schutz zur Magie verb... Was? Dein Bargates-Bekleiter hat deinen Schutz vor Magie verbessert? Ah, cool. Kurz gucken, ob der Typ oben noch was hat liegen lassen. Ist ja wichtig. Edelmanns-Siegel. Oh! Accessoires. 60 Leben. Kann man verkaufen. So, ein kleiner Pisser, du. Aber ich bin froh. Ich hatte Angst, dass der andere jetzt stirbt. Aber zum Glück nicht. Weil er mit seiner Lanze ist, dass er auch reingestochen hat. Das sah nicht so gesund aus. Da war ich etwas in Sorge um ihn. Aber es ist zum Glück nichts passiert. Deswegen habe ich schon aus der Entfernung drauf geschossen. Und ich dachte so... No, no, no. Starke Sehne. Müssen wir mitnehmen. Das brauchen wir später alles. Gott, was wir jetzt später erscheinend für Versachen craften können. Ah, ich freue mich schon. Vor allem, wartet mal. Können wir das eigentlich nicht irgendwo einsehen? Ne, es waren Fähigkeiten. Ne. Schicksale. Ne. Techniken. Ne. Status. Talente. Ja, hier. Genau. Du kannst bei der Herstellung von Ausrüstung und Komponenten verwenden. Erhöhten den Effektivität von Reparatur-Kids. Cool. Die Effektivität von Reparatur-Kids. 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 Geben-Schleifen ist auch noch wichtig. Weil wir es schon relativ hoch haben, ne? Verstohlenheit geht ja bis jetzt. So. Weltkarte. Doostkapp. Von da aus reißen wir dann gleich weiter. Oh, ich dachte, wenn, wenn, wenn Ausrufezeichen gewesen ist, ich so, hm? Günther, mitkommen. Du sollst es miterleben. Wir haben ja immerhin zusammen gekämpft, zusammen gearbeitet, haben es zusammen geschafft. Also, bist du ein wichtiger Teil davon. Nachdem wir die Vieh hier kurz frittiert haben. So. Günther, übertreib's nicht. Die verfolgen eigentlich nicht echt, oder? Ja, komm. Feier. Günther, machst du nix? So. Meine Dame. Hallo. Dankeschön. Lebt wohl. Ich bin euch ewig dankbar. Ach, jetzt aber. So, Gebietskarte. Der ist da unten, haben wir noch. Das wird mir erst angezeigt. Ach, Party wieder zurück. Okay. So. Tada. Ich weiß, wir haben keine aktive Quest. Schnauze jetzt. Oh, schon fertig. Es ist vollbracht, Herrin. Seht euch alles genau an. Ich bin sicher, ihr werdet begeistert sein. Natürlich. Im Übrigen habe ich mir erlaubt, Olli Matzen aus Trostkapp herzubitten. Er ist euer neuer Waffenmeister. Alles cool. Ihr solltet in der Rüstkammer mit ihm reden. Rüstkammer? Bald erstrahlt eure Feste in ihrem einstigen Glanz. Dank der Rüstkammer und einem fähigen Waffenmeister wird niemand mehr unseren Frieden bedrohen. Was als nächstes instand setzen? Dieser Ort. Er überrascht mich immer wieder. Als alles ausgeräumt war, habe ich den Eingang zu einem eingestürzten Stollen gefunden, der von der Feste wegführt. Sobald ich ihn gesehen hatte, wusste ich, dass ich ihn schon aus meinem Traum kenne. Aber ich brauche noch etwas Material. Drei Bündel Strandstein, zwei Bündel Bärenfell und drei Bündel Seestahl. Was sagen eure Bücher? Ich war nicht sicher, ob es sich lohnen würde, den Stollen von der Feste aus über die ganze Insel zu graben. Aber jetzt, wo ich mir alles mal angesehen habe, sollten wir diesen Gängen oberste Priorität einräumen. Was habt ihr noch geträumt? Welche Stollen? Wenn wir sie benutzen, können wir jedes Wrack ausräumen und jeden Schiffbrüchigen retten. Ich habe, was ihr braucht. Sieht so aus. Ich gehe sofort an die Arbeit. So, brauchen wir nicht fragen. Da ist er angefangen. Ich glaube, wir sind noch ein Rack ab. Ich gehe sofort an die Arbeit. Vielen Dank.